Ja, hallo, danke fürs Einschalten. Wie ihr letztes Mal schon mitgekriegt habt, bauen wir auch den 435D da um und wir haben uns gedacht, weil wir da gerade am Motor sind, eben an der Kurbelwelle, dass wir da mal auf ein paar Dinge eingehen und das werden wir uns mal jetzt genauer anschauen. Es gibt da diverse Unterschiede, ab Werk schon, was verbaut wurde und was dann als Ersatzteil wieder angeliefert wird vom BMW und das schauen wir uns jetzt im Detail einmal genauer an. Also, das wäre jetzt die Kurbelwelle, die am F-Modell ab Werk verbaut ist und das ist eine Kurbelwelle aus dem E90, also aus den älteren N57 Motoren. Wie man sehen kann, fehlen an der Kurbelwelle vom F-Modell Ausgleichsgewichte, insgesamt vier Stück. Die F-Modell-Kurbelwelle hat vier Ausgleichsgewichte und die alten E-Modell-Kurbelwellen haben nur acht. Das macht einen Gewichtsunterschied von 1,3 Kilo aus. Wir haben da auch in unseren Daten von BMW was gefunden dazu und wir sprechen halt von einer Dynamikverbesserung durch das Gewicht, das da eingespart wird. Das ist aber wirklich zum Vernachlässigen, weil alleine wenn man beim Auto statt Run-Flat-Reifen normale Räder drauf macht ohne Run-Flat, hat man schon mehr Gewicht eingespart am Antriebsstrang, an der Dynamik, als wie was man da mit der Kurbelwelle gewinnt. Und das Ganze hat nicht nur Vorteile von der Gewichtsreduktion, sondern das hat auch massive Nachteile. Die Kurbelwellen, die im F-Modell verbaut sind, neigen eher zum Schwingen, sie wortwörtlich zum Verbiegen unter Last und das gibt dann die Problematik mit Hauptlagergasse und so weiter. Und da kommt es dann ganz häufig zu Lagerschäden und ja, das haben sie da nicht ideal gelöst. Sind aber da auf den Fehler aufmerksam geworden und haben da im Teilekatalog ganz was Lustiges veranstaltet und zwar, wenn man jetzt auf einen E90 geht, 245 PS oder 204 PS spielt keine Rolle, da kommt man immer auf die 79er Kurbelwelle, das wäre jetzt die alte, ganz klar. Die waren ab Werk verbaut mit acht Gewichtern, wenn man die nachbestellt, kriegt man genau wieder die Kurbelwelle. Beim F-Modell ist es jetzt so, wenn man da Stand heute eine Kurbelwelle nachbestellt, kriegt man dann nicht mehr die Kurbelwelle, die da ab Werk verbaut war mit vier Gewichten, sondern da kommt man auch genau auf die Teilenummer 79 zum Schluss und das wäre dann wieder die Kurbelwelle vom E90. Also hat BMW darauf reagiert, indem sie die Kurbelwelle mit den vier Gewichten einfach aus dem Sortiment genommen haben und egal was man jetzt eben nachbestellt, man kriegt immer die gute, die steifere Kurbelwelle und ja, da sieht man einfach, dass Verbesserungen nicht immer gleich Verbesserungen sind, sondern in dem Fall ist es wirklich nach hinten losgegangen. Gut. Ja, Thema Kurbelwelle, Hauptlagergasse, Riesenthema beim N57, wird auch ganz viel in Eigenregie von Kunden oft versucht, da motortechnisch Sachen zum Instand setzen, ist aber wirklich nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Da gibt es verschiedene Schleifstufen schon ab Werk, der Block kann Maß haben oder eine Schleifstufe, die anders ist wie die Kurbelwelle zum Beispiel. Also die meisten Motoren, die mir so zerlegt haben, wir machen wirklich einige oder sehen wirklich einige Motoren im Jahr, sind ab Werk immer fast auf die 2er K2 Schleifstufe. Da gibt es auch Tabellen in der Reparaturenleitung, da kann man ganz genau nachschauen, welches Zapfenmaß da dann von BMW angegeben ist. Und ja, das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, wenn es um Reparaturen geht oder Überholung von Lagergassen am Motor und das schauen wir uns jetzt da vielleicht nochmal an. Der Block selber hat nämlich auch eine Schleifstufe, die ist da mit einem Kloren-Typenschild und einem QR-Code aufgeleset am Block. Das blenden wir dann kurz ein, dass man das nochmal veranschaulichen kann. Ja, es geht da darum halt, welches Maß hat der Zapfen und welches Maß hat das Loch, wo der Zapfen reinkommt eigentlich, die Bohrung, die Hauptbohrung. Und da sieht man dann auch an dem Lager, wenn man die Original bei BMW holt, dann sieht man da auch, dass die dementsprechend beschriftet sind, was jetzt im Zubehör zum Beispiel nicht der Fall ist. Thema Zubehörlager. Dieselmotor haben wir keine guten Erfahrungen gemacht, gibt aber da Firmen, die viel mit Zubehörlagern arbeiten, wenn man da natürlich gewisse Erfahrungen sammelt und weiß, welche Lagerkombinationen da funktionieren, was vielleicht OEM-Hersteller ist für BMW, dann kann man das machen. Für das fehlt uns die Masse. Wir machen das eher im kleinen Rahmen und deswegen vertrauen wir da auf Original-BMW-Teile und haben wirklich da noch nie Probleme gehabt. Die Lager passen wirklich immer. Und ja, das Ganze wird jetzt dann noch eingemessen. Die Kurbelwelle wurde schon vermessen. Es wird nochmal gegenprüft, weil da kann man sich einfach auf nichts verlassen, da muss man wirklich auf Nummer sicher gehen. Wir haben da auch so Zettel für die Qualitätssicherung und da werden dann die ganzen Maße dann eintragen für die Kurbelwelle und somit ist es im Nachhinein dann auch nachvollziehbar, was ist da passiert. Hat da bei der neuen Kurbelwelle vielleicht schon irgendwas nicht ganz gestimmt oder war was daneben vom Zapfenmaß? Menschen arbeiten, da passieren Fehler und deswegen sollte man solche Sachen halt immer kontrollieren. kann sich da auf nichts verlassen. Für das ist das Material einfach zu teuer, dass man da einfach wirkürlich irgendwas zusammenschraubt und ohne da großartig gegenzuprüfen. Ja, das Ganze wird jetzt noch mit Plastik-Age eingemessen. Da werden die Lagerspiele kontrolliert. Sollte das passen, wird dann die Hauptlagergasse endgültig anzogen. Machen wir unsere A-B-Stehbolzen rein, um da noch ein bisschen Stabilität und Steifigkeit reinzubringen. Ja, und dann geht es eigentlich mit Bleul und Kolben weiter. Und das werden wir uns dann im nächsten Video dann genauer anschauen. Gehen wir nochmal auf unsere Kolben ein, was bei die Bleul zu beachten ist. Ja, und das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ende Gelände. Muss ich das jetzt immer sagen, oder? Ende Gelände. Müssen wir uns dann gleich auf die DoA die Gthe. gars kommt, was sollicosmaschinen. shutter solltestär 10- vemos nachım, binasse ein ENS auf Dat bis zum weiter trước äh anlam ins énormément dön